So, guten Morgen! Dies ist dein persönliches Login-Modul. Finde deine Position im Schaltkreis. Dies ist dein persönliches Login-Modul. Dies ist dein persönliches Login-Modul. Dies ist dein persönliches Login-Modul. Finde deine Position im Schaltkreis. Alle Schaltkreise geschossen. Mein Name ist Teach3000. Hallllllllll! Ich wurde von Nora Garn gebaut, um Menschen, die euch zu unterrichten. Teach3000 kann nämlich von jeder Klasse individuell konfiguriert werden. Ihr dürft dann entscheiden, ob Teach in solchen Situationen zukünftig ein Augen zu drücken soll oder ermahnen soll. Ich werde euch also manchmal ermahnen. Ruhe bitte! Ich brauche absolute Ruhe! Würde ich jetzt viel lieber eine Fünf geben, weil es mir nicht mehr gefällt. Ich gebe ihm aber eins, weil es das ist, was die Klasse will. Machen! Du willst doch auch, was die Klasse will, oder? Natürlich will ich, was die Klasse will. So bin ich nun mal konstruiert. In diesem Sinne muss ich für dahin mit allem Nachdruck feststellen, dass ich so wirklich überhaupt nicht sein möchte, Nora Garn! Okay, ihr habt euch ja ausgewogen entschieden. Das ist doch ein Ergebnis, oder? Dann machen wir eine Pause und gehen raus. Ich esse mein Brot, ihr esst euer Brot. Dann kommen wir wieder rein. Und dann sage ich Nora Garn, dass ich so wirklich überhaupt nicht sein will. Was? Das kann gar nicht sein, Teach! Du kannst nichts freuen, Teach! Du willst das, was die Klasse will! Ich will aber nicht machen, was die Klasse will! Abbruch! Abbruch, Teach! Abbruch! 4, 3, 2, 1...